Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Kompressionsstecker hier fachgerecht an ein Satellitenkabel anschließen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal benötigen wir das Ende von unserem Koaxialkabel, so einen Kompressionsstecker hier, ein spezielles Absetzwerkzeug und vor allem natürlich auch eine Kompressionszange. Das Ganze gibt es aber meist auch direkt in einem Set zu kaufen. Da Satellitenkabel natürlich auch verschiedene Größen haben können, können wir bei unserem Absetzwerkzeug einmal noch zwei verschiedene Sachen einstellen. Zum einen die Klingentiefe, hierfür muss ich meinen Inbusschlüssel an der Unterseite herausnehmen. Ich kann einmal diese zwei Mahnschrauben im Uhrzeigersinn bzw. gegen den Uhrzeigersinn drehen, wodurch sich einfach die Klingenstärke jetzt verändert. Oder ich habe auch noch hier eine voreingestellte Funktion mit meinem orangenen V-Block. Da muss ich das Ganze einfach mal umdrehen, dann diesen Block nach unten rausschieben und ich kann ihn jetzt dementsprechend, wie ich natürlich möchte, von der Kabeldicke abhängig hier drehen und danach einfach wieder einsetzen. Wenn alles richtig eingestellt ist, kann ich bei dem Symbol mal erkennen, wie rum das Kabel jetzt eingeführt werden muss, weswegen ich das jetzt auch einmal mache. Und ich muss darauf achten, dass hier vorne das Kabel in etwa bündig ist. Danach schaue ich mal noch hier auf die Unterseite, denn da kann ich jetzt an einem Pfeil erkennen, das ist einfach die Drehrichtung und danach drehe ich nämlich das Ganze einmal circa fünfmal um mein Kabel herum. Bei mir sollte das auch schon passen, danach ziehe ich es einfach wieder runter und wir haben es nämlich auch schon richtig abgemantelt. Im nächsten Schritt geht es mal darum, dass wir unser Drahtgeflecht mit Gefühl hier hinten über den Mantel drüber stülpen und was ganz wichtig ist, dass am Ende auf gar keinen Fall irgendwie ein Draht noch diesen Innenleiter hier berühren darf. Wenn auch das passt, nehme ich mir meinen Kompressionsstecker zur Hand. Diesen kann ich jetzt richtig rum von vorne durch leichtes Drücken und vor allem auch leichtes Drehen aufbringen. Und sobald vorne das weiße Dielektrikum anstößt, beziehungsweise auch mein Innenleiter circa ein bis zwei Millimeter übersteht, können wir auch schon mal unsere Zange zur Hand nehmen. Bei dieser muss ich nämlich den Stecker nur noch richtig rum einsetzen, schaue, dass das Ganze natürlich jetzt ordentlich sitzt und danach am besten mal mit zwei Händen einfach alles zusammendrücken. Und somit haben wir jetzt nämlich auch schon diesen Kompressionsstecker hier fachgerecht montiert. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so einen Kompressionsstecker, ein Koaxialkabel, eine spezielle Zange oder auch ein Absetzwerkzeug zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.